Und wieder einmal begrüßen wir euch bei der charmanten Wahrsagerin. Ja, genau, Magda ist mein Name. Ich muss dazu geben, wenn ich mal fies bin, nenne ich meine Mutter auch manchmal Magda. Ja, und? Und sie mag das natürlich gar nicht. Naja, so eine kleine Randnotizie. Magda und tote Schloss. Was wolltest du sagen? Scheid, jetzt müssen wir Bescheid. Ja, Magda, Magdalena, keine Ahnung. So, Schloss. Die Artenhecher dieses Landes, die Bas-Buryaren vom Schloss, kamen aus der Burko-Familie. Sie haben dieses Land so lange, wie man Leute zurückdenken können, regiert. Der letzte Burja war ein seltsamer Mann, so sagt man. Ich weiß nicht, was aus ihm wird. Nur, dass sein Sohn das Tade in Schande und Schrecken verlegt. Mhm. Als wir das Gericht hörten, dass Schloss Burgow wieder bewohnt wird, haben wir unsere Wagen nach Mordavia gebracht. Wir dachten, dass der Sohn des einen Burjaren vielleicht zurückgekehrt war, und dass wir wieder mit ihm Handel treiben könnten. Das ist ein Drogenhandel. Oder andere wahrscheinlich. Wir beraten uns mit den Torwächtern, der sagte, dass die Burgows dort seien, und dass das Schloss hier zu einem entfernten Vetter gehörte. Der versprochen hätte, das Tade wie ein wahrer Burjaren zu beschützen. Wir haben mit den Torwächtern etwas Handel gegeben, weil den Burko-Feder jedoch nie eine Spur gesehen. Schon kurz danach begannen die Regen fällen, und wir satten hier fest. Sehr verdächtig alles. Den gehen wir natürlich nach später, aber erst müssen wir wieder einmal Karten lesen. Und dafür streiche ich mit meinem Geldstück über ihre überzaubernden Finger. Und sie zockt schon so komisch. Vor Ekstase wahrscheinlich. Da, sie hat wieder gezwinkert. Das nervt mich langsam. Da, schon wieder. Gib mir das Geld. Oh, jetzt hast du getrieben. Ich trample auf den Rumpf. Ich finde das immer schön, wenn die grüne Monster immer hierhin war. Hast du gesehen? Jetzt hat sie gezwickt. Da siehst du, zwickt sie jetzt. Zwick. So. Wir sind weiterkommen hier. Die Karten sind wieder einmal gemischt und abgehoben worden. Stärken sie also jetzt das Thema der Sitzung auf. Ist jetzt irgendwie ein Psychiater oder die Sitzung? Ja, genau. Wie führen sie sich? In deiner Gegenwart, Wahrsagerin? Naja. Hahaha. Die Leitung handelt von Mann mit dem Böse oben. Wir werden mehr über seine Vergangenheit und darüber, was er vorhat, erfahren. Ah. Die nächste Karte, die sie auflegen, wird ihnen die Vergangenheit zeigen. Okay. Mhm. Schon genau. Königin Schwerter. Ja. Die Königin Schwerter. Irgendwann in der Vergangenheit hat dieser Mann die geheimvolle Frau ihrer Gegenwart getroffen. Er wird möglich, dass er von ihr betrogen wurde. Oder dass er die Dame betrogen hat. Mhm. 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 Die nächste Karte wird ihren Einfluss aufdecken. Ah. Ah. Ah, der Magier, die heimvolle Frau verfügt über Magie. Einer ist der Lehrer des Anderen. Die Reihenfolge der Karte lässt darauf schließen, dass die Frau die Meisterin war und der Mann ihr schön war. Aha. Das ergibt Sinn. Okay. Oder auf Sklave. Hm. Lustsklave. Die Blödsinn haben ihren Vorsprung offensichtlich in der dunklen Vergangenheit. Lassen sie uns jetzt mehr über die unmittelbare Vergangenheit erfahren. Okay. Buch. Ah, dies ist ihr persönlicher Einfluss auf diesen Mann. Es scheint, sie sind für sein Leben so bedeutungsvoll, wie er für ihre Ehre. Lassen sie uns sehen, was sie ihn beeinflusst haben. Und wenn man jetzt die vorigen Teile gespielt hätte, wüsste man wahrscheinlich sogar, worum es geht. Wer überhaupt der Erzwein ist, wer die Frau ist. Also ich kann es mir schon zusammenreiben, aber ich darf es ja leider nicht sagen. Aber das werden wir alle sehen. Mhm. Hm. Doch. Die Karte der Umwandlung, sie sind der Grund für die Misserfolg und die Verluste dieses Manns. Sie haben sein Leben unwiderruflich verändert. Ja, stimmt. Obwohl sie ihn vernichtet haben, beeinflusst er noch immer die Gegenwart. Dass diese Karte Informationen über ihn bereits gegeben hat. Beweist, dass er erneut ein Spieler in ihrem Leben des Lebens ist. Mhm. Und spielt. Was können wir als nächstes lernen? Ähm. Eight of Souls? In der Gegenwart, die Art des Schwertes. Die Karte der Konflikte und der Beherrschung. Die Rättskarte, die dieser Mann gekurriert hat, war greiffertig ein Gebot der Leibeigenschaft. Er ist ein Gefangener oder der unwillige Komplizier eines Anderes. Ja. Lassen Sie uns sehen, ob die Karten diese Beziehung noch weiter erklären. Feuer und was? Feuer und... ...Soul. Die Karte des Konfliktes und die Kämpfe. Dieser Mann nimmt seine Gefangenschaft nicht gleich. Lassen Sie uns sehen, was die Karin über seine Hoffnung und Sehnsüchte sagt. Yes, ma'am. Was hat er denn für Sehnsüchte, der Gute? Mhm. Der Triumphwagen repräsentiert Triumph und Rache. Es gibt ein starkes Verlangen, die Kontrolle über die Situation über seinen Leib zu gewinnen. Er könnte die Frucht ergreifen, aber das ist nicht genug. Lassen Sie uns sehen, auf welchem Weg er triumphieren könnte. Okay. Der Teufel. Ja. Schon mal der Föße. Ja. Diesmal ist der Teufel ungedreht. Die Bedeutungen mögen sich unterscheiden, aber egal wie sie lief, diese Karte Freiheit nicht gut ist. Es ist eindringlich, dass Ihr Mann und Ihr Mann nach der Freiheit steht. Aber mit dieser Freiheit wird er auch die Rache bekommen. Was oder auch wer auch immer ihn jetzt findet, kann ihn nicht für immer zurückkeinen. Er wird nach seiner Rache streben. Sie müssen auf der Hut sein. Sie werden ihm seinen Kampf über Leben und Tod gegenüberstehen. Lassen Sie uns jetzt die Karte auflegen, die über die Vergangenheit und Gegend herrscht. Ich war ihm von dem großen Buchstaben irritiert. Ja, ich auch. Deswegen dachte ich, das wäre jetzt wieder Erzähler. So. Oh. Die dunkle Karte ist es nicht. Der Einfluss der dunklen Fürstchen überschattet alles. Es darf nicht mehr weiter gezeigt werden. Noch darüber gesprochen werden. Wuh. Die Karten haben gesprochen. Die Sitzung ist zu Ende. Hm. Da wieder gezwinkert. Hm. Die Karten haben gesprochen und das ist alles, was ich jetzt darüber sagen werde. Möchten Sie mehr erfahren, dann müssen Sie ein anderes Mal wiederkommen. Ja, das wissen wir auch nämlich noch mal später, aber erst. Aha. So. Äh. Gehen wir das später erzählen? Nö, ihm auch nicht. Wir verziehen uns jetzt hier. Eifel raus hier. Tschüss. Weil Oli Knoblauch bestand. Die haben ja kein Knoblauch, ne? Ja, aber irgendwas hängt ja überhaupt nicht. Ein totes Huhn wahrscheinlich. So. Ich spreche mal ab. Es ist in Folge 23. Ich weiß es gar nicht. Na, wenn ich schon da ist. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja. Wenn ich nicht mal Punkte bekomme, besprechen. So ein Scheiß. Wir hätten auch zumindest Intelligenz kriegen müssen. Ja, echt. Jetzt spielt haben wir es dann. Wir sind einen halben Tag verquatscht. Den doch nicht. Jetzt müssen wir nämlich zur Rosalka. Glaub ich jedenfalls. Ähm. Dazu müssen wir wieder die Karte lang latschen. Ich hoffe wir treffen wieder keine Viecher unterwegs. Hm, muss ja ziehen. Hehehe. Ja, der geht schon aus. Aber ich verziehe mich auf den Friedhof. Sodass wir sicher sind. Bäääääää. Hahahaha. Warte auf mich. Wow. Oh Gott. Ja gut. Jetzt setzt das Vieh aber weg. So. Weißt du? ja kampfmusik die jagdmusik und dann wenn man kämpft kommt ein extra kampfmusik deswegen weiß man schon ich sehe nicht wirklich schneller und die reißverschluss auf ja oh du siehst schön aus uuuu mit Premler Endosuch Hallo sie haben sich seit dem nächsten Mal irgendwie verändert sie sehen Stärke aus und kommen mir etwas fremd vor sie sehen scheiß aus ja total man sie schicken grünen Haare wir begrüßen die erstmal wir reden erstmal jetzt über den geist des paradins dass er uns aufgetragen hat sie zu retten ein geist hat ihnen also gesagt sie sollen mir helfen das verstehe ich nicht was kümmert es ihnen ob ich hier herumschwimmen oder nicht hat er etwas dagegen dass ich Leute ertränke oder will er nur einfach der einzige untot in Mordavia sein nein du brummst gleich dass du dein kabel in kurz raus gezogen vielleicht nö hau mal richtig rennen noch mal das ding hast du gemacht komisch ne ja hast brummt sag mal was und jetzt oh noch schlimmer ja wenn du immer wenn du anfängst zu reden fängst du an zu brummen ich mach aber nischt das sagen sie immer wenn ich nicht hier was brumm kann egal jetzt ist glaube ich wieder weg erstmal so jetzt reden wir naja da brummt schon bei dem brummt in der Hose hahahaha die sind aber eindeutig künstlich guck mal sie sind keine normalen Brusten na ja ich hab doch gesagt Künstler Anderson ja mit grünem Gammelhahn so jetzt den Dialog schaffen wir noch auf die unten auch grün ähm hahahaha diese kahl siehst du da Ah sie sieht glatt rasiert aus weg siegen wie dumm die rübergewachsen sind hier ist ja scheiße eigentlich müsst ihr müssen das bestehen so kalt wie es bestimmt im wasser ist naja ich glaube wir verschieben das mal das nächste mal mit dir zu reden weil genau genug zeit ich bin noch ein bisschen rum hier so und hier noch mal sagen erst mal wieder dann ist das abschlusswort ein bis zum nächsten mal und seid freundlich zu einem frauen und schön feucht bleiben